Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, Basti dem Wohnprinzen. Dieses Thema hat nichts mit Wohn zu tun, sondern ist eine ganz besondere Aktion, denn Nintendo Deutschland hat sich, ich glaube, vier oder fünf besondere YouTuber rausgesucht, die exklusiv vor der Veröffentlichung in Deutschland des Nintendo 3DS das Gerät testen dürfen. Und ich möchte kurz dazu sagen, dass ich von Nintendo nicht bezahlt werde für diese Sache und dass ich von Nintendo kein Geld gefordert habe, um das Ganze zu testen. Ich freue mich, euch daran teilhaben zu lassen. Das Paket ist heute angekommen. Das war drin. Und ich freue mich, dass ich den Nintendo 3DS in Blau bekommen habe. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das nicht innerhalb von zwei Tagen machen werde. Also ich wollte euch kurz eben zeigen, was heute angekommen ist, denn eine Review nach zwei, drei Tagen ist einfach schwachsinnig, finde ich. Man sollte das Gerät schon ausgiebig testen und das möchte ich auch tun. Also ich möchte euch kurz zeigen, wie das alles aussieht. Das ist das Gerät. Was ist jetzt die Verpackung? Nintendo 3DS im Blau. Yeah! So geil. Und was ich ja wohl mal richtig cool finde, die haben mir noch drei Spiele dazu gelegt. Das ist jetzt zum Beispiel Street Fighter 3D Edition. Und dann freue ich mich schon total drauf. Ich glaube, ich werde jetzt nur noch damit rumspielen. Nintendo Dogs und Cats. Also ich glaube, das wird irgendwie voll mein... Also... Süß. Meine Schwester hat früher immer Nintendo Dogs gespielt. Und dann hat sie mir... Immer in Nintendo DS gepustet. Ich fand das immer so geil, ey. Sie hing da immer wieder... Ja komm, ja komm. Ich fand das immer geil. Oh, ich lach schon wieder wie Gofi, ey. Und Pilotwings Resort ist auch dabei. Und das war auch dabei. So, jetzt will ich das mal eben aufmachen. Und wie gesagt, ich werde das jetzt erstmal in Ruhe testen. Und werde dann ganz in Ruhe eine Review dazu machen. Und ich lade das wie gesagt auf Wohnprinz hoch, da ich als Wohnprinz gefragt wurde, ob ich das Ganze testen möchte. Und hey, mal ganz ehrlich, wenn man die Möglichkeit hat, ein Gerät zu testen, was ziemlich kultig ja so schon ist. Bevor es überhaupt veröffentlicht wird, wer sagt da schon nein, oder? Und ich freue mich echt drüber, dass ich ausgewählt wurde von Nintendo, das zu testen. Also hier sind jetzt noch Bücher dabei. Lese ich mir alles durch. Meine schöne heiße Lich mit Honig dazu. Und dann lese ich das alles. Ich bin ja so eine Leseratte. Huch, da fällt es ja noch. Ach, nee doch. Fängt mir schon alles runter. Free, gratis, Pin, also ein Pin ist dabei. Das sind 3D-Karten, die kann man auf den Tisch legen und dann kann man mit dem Nintendo 3S, weil der ja eine Kamera hat, darauf zeigen. Und dann sieht das aus, als würde da ein Drache aus der Karte rauskommen. Also ganz verrückt. Freuen sich auf das bunte Treiben in ihrem StreetPass-Me-Lobby. Ja, wünsche, freue ich mich. Was haben wir hier noch? Nintendo 3DS Quick Start Guide. Uh! Schnellstart Anleitung, auf Deutsch nochmal. Guide de Demarrage rapide. Also das geht halt rapide. Französisch, glaube ich. Snellstart Gits. Das Gits legt üt höchige System konfiguriert. Software Obstar den Verbindung macht mit Hit-Internet. Also wer was verstanden hat, Glückwunsch. Wer nicht, ich habe auch nichts verstanden. Ja, Russisch, das lassen wir dann mal lieber. Operations Manual Bedienungseinleitung. Ah ja. So. Wir sind jetzt... Uh, Finale! Freut mich, wie ein Kind, ein Ladegerät. Sehr schön. Ja, ohne wäre es auch schlecht. Und... Yeah! Hier hinten sieht man die Kameras. Schaut mal. Und so sieht er schon... Oh, ich finde die Farbe so geil. Die passt perfekt zu meiner Wand. Ich glaube, ich spiele nur noch vor meiner Wand damit. Sehr cool. Aber man sieht, es ist sehr kühl draußen. Er beschlägt gerade. Also wird jetzt sowieso nichts mehr in der Review. Also so sieht das Gerät aus. Da hinten kommen die Spiele rein. In dem Fall rot. Ich bin schon so auf den 3D-Effekt gespannt. Ich kann es gar nicht erwarten. Was haben wir noch hier drinnen? Die Ladestation. Kann man das reinlegen und dann lädt das hier hinten. Können wir es anschließen? Ja. Wie gesagt, Leute. Das war jetzt mein erstes Video dazu. Ich freue mich echt wie ein kleines Kind, dass ich das testen darf. Nintendo, danke, 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 danke. Ich freue mich. Und ja, wann genau das Video zu meinem Ergebnis des Tests kommt und so, das weiß ich noch nicht. Ich werde euch aber immer mal so ein bisschen dabei teilhaben lassen, wie ich damit spiele und so. Und werde es dann irgendwann hochladen, wann genau. Kann ich euch wie gesagt nicht sagen. Aber ich freue mich schon tierisch drauf. Vor allem, hey, das ist schon was Besonderes, bevor es im Handel ist, das testen zu dürfen. Geil. Ja, Leute, danke schön fürs Einschalten. Ich freue mich. Tschüss.